Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur Freitagsausgabe Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 2.0 ohne Gräben. Ja, wir sind hier dabei und sind fleißig am Ballenpressen. Ihr kennt das, ihr wisst das. Aber damit mache ich jetzt Schluss. Da habe ich nämlich keinen Bock mehr drauf. Vor allem jetzt nicht auf diese Art und Weise hier, wie es im Moment läuft. Und deshalb klappe ich nämlich jetzt hier vorne auch mal den Big M zusammen. Und ich mache mal die Ultima aus. Ja, die ist schon aus. Und dann kann ich nämlich zurück... Boah, das sieht hier aus, ey. Dann können wir zurück zum Feld, äh, zum Hof. Und ich kann mich dann beim Experience schlau machen, wie ich denn mit diesem Ballensammelwagen den automatisch sammeln lasse. Ich weiß, dass das eigentlich geht. Und das hier muss ich dann mal irgendwie... Widde ich auch nicht. Muss ja auch gemacht werden. Aber mal sehen, wann und wie ich das mache. Mal sehen. Ja. Also, hier ist jetzt erstmal Schluss mit lustig. Schluss mit Ballen sammeln. Das machen wir jetzt heute erstmal nicht weiter. Silageballen haben wir alle gesammelt. Alles, was geht. Also, hier unten auf Feld 16 sind alle gesammelt. Auf Feld 11 liegen noch welche. Die sammeln wir gleich noch ein. Da kümmern wir uns gleich noch drum, dass da dann auch das Feld... Ach, wobei das Feld ist zu Ende gepresst. Links unten steht ja, Big M hat seine Arbeit beendet. Alles schick. Dann holen wir da noch die Silageballen weg. Pressen dann noch ein Feld noch Grasballen. Aber sammeln die nicht. Dann mal volltanken, bitte. So, der hat seine Arbeit beledigt. Abfahrer einen lassen. Er steht jetzt nicht wirklich gut da, wo er steht. Aber er steht da immer. Egal. Ich will ihn ein bisschen aus dem Weg fahren, weil er natürlich hier genau an der Ausfahrt steht. Und, ähm... Das muss ja nicht sein. Ich habe hier oben ja auch noch einen Sammelwagen. Der noch längst nicht voll ist. Aber so viel ist es auch nicht mehr. Noch zwei Umrundungen hier. Zwei Feldumrundungen. Also... Etwas mehr als eine nur noch. Und dann haben wir es. Mir wird gerade selber schwindelig vom Fahren hier. Unglaublich. Ungefassbar. Ja, ähm... Heute Abend Livestream. Seid ihr dabei? Oder nicht? Kommt gerne vorbei. 19 Uhr hier auf dem Kanal. Ah, hier ist was los. Ja, hier ist es. Das ist doch nicht mehr viel. Das ist keine ganze Ladung mehr. Behaupte ich. Also wir werden hier nicht ganz rumkommen. Wir werden hier keine 10 Millionen schaffen. So und wenn das mit diesem automatischen Ballensammeln nicht geht, dann habe ich eine andere Idee. Die ich mache. Aber das auch jetzt nicht mehr heute, sondern das dann vielleicht morgen oder so. Mal gucken. Ja und schon habe ich nur noch nicht mehr 250.000, sondern irgendwie nicht mehr mehr 230.000. An einen Namen. So gehen die Preise dann zurück. Angebot und Nachfrage. So ist das. Ja, aber wenn wir so auf 9,7 Millionen kommen wir hier auf jeden Fall mit der... Mit der, äh, mit dem... Ja, mal wobei... Ich glaube nicht, dass das jetzt hier noch eine ganze Ladung ist. Ne, ist es nicht mehr. Aber... Okay. So what? Trotzdem so auf 9,7 müssten wir kommen. Eigentlich. Wenn ich jetzt nebenbei schon die ganze Zeit unseren Radlader helle laufen lassen, mit Silage verkauf, dann würde ich da sogar hinkommen, wo ich hin will. Dann wäre ich jetzt gleich bei... Hach, bei 10 Millionen. Das war's mit dem Feld. Seid ihr erleichtert? Fertig Ballen gesammelt? Endlich, ne? So, komm. Einmal hier rum. Boah, 84.000 nur noch. Das wird knapp. Aber schaffe ich nicht. 9,7 Millionen. Doch, 9,7 Millionen schaffe ich. Glück gehabt. Perfekt. 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 So, dann wollen wir uns mal zum Dingerns da hinbeamen. Beamen hier. Abfahrer einstellen, um mal kurz zugucken. Ja, etwas langsam, macht er schon. Gut, ich kann jetzt leider das noch gar nicht so testen, wie ich das gerne testen würde. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit den Ballen. Ich mach jetzt erst mal die Ultima zurück. Zum Hof. Weil die Ultima brauche ich für das nächste Experiment nicht. Aber ich muss erst noch einen Mod aktivieren. Bevor ich dann weitermache. So bringt das sonst nichts. Die Ultima, wie gesagt, die brauche ich aber nicht. eutlich für dieses Experiment. Und Und vielleicht werde ich die inzwischen auch nochmal direkt eben schnell auftanken. Ups. Ja, das Endverhalten, naja, wobei, ne, ich will nicht, ich will nicht matzen. Ne, ne, das passt schon so rein. Schön. Dann fahren wir den da auch gleich mal. Auch gleich mal tanken. Bei der Gelegenheit, dass wir den dann mit vollem Sprit wieder haben. Und eventuell müssen wir dann hier den Ballensammelwagen verkaufen. Das weiß ich noch nicht. Ich wollte gucken, auf welchem Feld ich denn jetzt mähe. Ja, in der Nähe von dem ist eigentlich nix. Oh, doch. Na, ich mach Grasfeld 1 einfach. Ganz einfach. Können wir schon mal laden. Grasfeld 1. Da hab ich zweimal Gülle. Na dann. Und da mähen wir dann einfach. Machen Schwart. Und fertig. Und wie wir dann weitermachen, wie wir dann Grasballen daraus machen, das zählt ihr am Wochenende. Das ist wahrscheinlich nicht so ertragreich wie die Ultima. Die Ultima macht ja extrem viele Ballen, hab ich so das Gefühl. Aber, das soll wohl so. Ja, wir mähen hier. Machen schönen Schwart. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bei euch. Ja, ich hab den Timer vorher ausgeschaltet, bevor der hier wieder piep piep macht. Aber die Zeit ist tatsächlich rum. Ja. 12 Uhr heute. Let's fly. Ne, Quatsch. Warte mal. Völliger Quatsch. Heute ist ja Freitag. Nein. Morgen. 10 Uhr neue Folge. Let's play. 12 Uhr. Let's fly. Und 14 Uhr wieder. Let's play. Heute Abend Livestream. Morgen Abend Livestream. Und ja. Ich bedanke mich bei euch. Und sage tschau. Ich bedanke mich bei euch. 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 Vielen Dank.